In diesem Video sehen Sie, wie eine Kalkung mit Feuchtkalk auf Grünland und allen Flächen durchgeführt wird. Der Feuchtkalk wird vom LKW angeliefert und am dafür vorgesehenen Lagerplatz abgeladen. Durch rasches Abdecken bleibt die Streufähigkeit von Feuchtkalken erhalten. Dadurch wird das Produkt vor Austrocknung bzw. Niederschlägen geschützt. Die Ausbringung des Feuchtkalkes wird mit einem Feuchtkalkstreuer durchgeführt. Dieser wird mit dem Produkt beladen. Dazu ist ein Lader oder ein zweiter Traktor mit Frontlader notwendig. Die Streuweite bei Feuchtkalken beträgt standardmäßig 10 bis 12 Meter. In steileren Lagen im Grünland oder auf Almen werden Streuer mit einem Ladevolumen von rund 4 Kubikmetern eingesetzt. Fein vermahlene Kalke haben eine leichte Staubentwicklung während der Ausbringung. Das ist ein Qualitätsmerkmal und völlig normal. Nur Kalke mit hoher Feinheit lösen sich im Boden gut auf und haben eine dementsprechend schnelle Wirkung auf den Boden und den pH-Wert. Zu grobe Kalke, welche oftmals billig und als staubfrei angeboten werden, haben keine Wirkung im Sinne einer Kalkdüngung. Feuchtkalke sind auch mit zusätzlichen Nährstoffen wie Magnesium, Phosphor und Sulfatschwefel erhältlich. Auf Flächen, auf denen Baumstöcke nach einer Rodung gefräst wurden, ist eine Kalkung optimal, um die Verrottung der verbleibenden Holzreste zu beschleunigen. Alternativ gibt es die Möglichkeit der Ausbringung mit einem Muli. Viele Landwirte glauben, dass Kalk und Mist bzw. Gülle nicht gemeinsam ausgebracht werden dürfen. Das ist nicht richtig und entspricht einer veralteten Lehrmeinung, welche keinen Unterschied zwischen gebrannten Kalken und kohlensaueren Kalken machte. Kohlensauer Kalk kann problemlos mit Mist und Gülle gemischt werden. Dabei sind keine Stickstoffverluste zu befürchten, weil der kohlensäure Kalk und der Mist denselben pH-Wert aufweisen.